Das war's bei so, weil er hört was. Wie ist das die Form? Das ist die Form, ja. Warte schon mal. Wie ist die da noch vergessen auf den Sack? So ist die nicht gefahren. Mitgefahren, ja. Die hat ja nie Stress gekriegt mit dem TF. Weil die ja dann, die hat bestimmt kein Ticket. Und die Polizei oder die Post ist ja keine Polizei da. Also ist die mal richtig schnell da. Ja, ich schon. Weil letztes Mal bei Berlin zurück war die ja schnell da. Irgendwer hat die gerufen ist, ey. Okay. Was ist das? Welche glaube ich? GT810 100D12. Okay. Genau. Kann ich das später nochmal additieren. Ach, das ist ein Schottler. Ja, das sind ja wirklich fünfsteine, warum fährt die nicht als ein Zugteil als, äh, der steht. Hier kommt der eh nicht nach, nach, ähm, Dings. Der fährt auch nicht mehr. Der steht auch noch. Kommt der eh nicht nach Rasstadt, weil die schlecht waren. Kommt schon in die Oben vielleicht. Aber verdammt, steht der hier. Also, das findet die eigentlich auch genauso gut aus. Ein Zugteil von der Baurell, an der Linse kannste nicht erreichen, kommt dann aus, äh, als RE, 45. Aber, ein Zugteil drei Tage als ein, das ist ja ein Miro. Das ist ein Rehoofen, das ist ein Rehoofen von Donau, in die Rehoofen von Finschlinien. Ah, die Z4. Das ist der beste Sammlung. Das ist der beste Sammlung. Das ist der beste Sammlung. Aber das ist der beste Sammlung. Das ist das Kussball. Das ist der beste Sammlung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das.